Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu einem Video von Goldsax. Es wird ein kleines kurzes Schmankerchen zwischendrin, weil ich mir dachte, ich bin gerade mal unterwegs und halte jetzt einfach mal die Pfanne in so ein kleines Bächlein, was ich irgendwie schon immer mal auf dem Arbeitsweg anschauen wollte. Und ja, hier waren Stäubchen drin. Also habe ich auch mal die Rinne mit ausgepackt. Jetzt wird hier auch noch was gemacht. Klingt wie ein Trennschleifer. Oder Steinschneider oder so. Egal. Genau. Ja, ich bin hier in so einem kleinen Bächlein. Das ist in Nordsachsen. Wie jetzt schon einige auf Anfrage hin erfahren haben, Goldsax ist umgezogen. Goldsax ist aus Dresden ausgezogen, hat die Großstadt verlassen und befindet sich jetzt in Wurzen. Also in Wurzen ist jetzt quasi die Werkstatt. Der Sitz ist in Leipzig, irritiert ja manche, die dann in Leipzig abholen wollen. Im Wurzen bei Leipzig. Gut angebunden an die Autobahn. Da befindet sich jetzt unser Werkstatt. Da findet ihr auch mich. Genau. Da ist drum. Ich bin quasi hier in der Nähe. Ich habe ein kleines Bächlein gefunden, was auch ein bisschen Fließgeschwindigkeit hat. Allzu lang bin ich noch nicht auf der Suche. Aber die zehn Bäche, die ich bisher abgegrast habe, der Land ist flach wie so eine Tischplatte. Und irgendwie scheinen die Gewässer hier mehr zu stehen, als zu fließen. Da bin ich ganz froh, dass ich das hier gefunden habe. So ungefähr eine gute 50 Meter Bachel auf die fließen. Die sind ansonsten sehr ruhig. Aber ich zeige es euch gleich. Nichtsdestotrotz, ich mache ein kleines bisschen Budelei, habe die Pfanne reingehalten, habe ein Stäubchen gefunden und einfach mal die Model 1 daneben gelegt. Das Ganze wird jetzt ein bisschen verwackelt sein. Ich habe auch kein Stativ mit, gar nichts. Aber einfach mal so eine kleine Mikroprospektion von so einem kleinen angehäuften bisschen Kies. Lass uns werben. Schauen wir mal, was da drin ist. Ja, das ist die Rinne. Die funktioniert. In diesem kleinen winzigen Bächlein. Das geht hier um die Kurve und dort hinten ist es total verschlampt und verwachsen und alles mögliche. In die andere Richtung macht es genau das hier. Ja, und danach ist ein Zaun rechts und links und ich denke mir, weiß ich nicht, ob ich da jetzt unbedingt rein muss. Begleitet mich beim Vermehren. Was immer wieder total cool ist zu sehen, ist mit wie wenig Strömung die Model 1 kommt. Habt ihr gerade gesehen, wo breit ist die Gude hier nicht. Und da mag jetzt vielleicht auch wieder der eine oder andere kommen und sagen, da geht es doch mit der Pfanne schneller. Aber bis zum Wett, dies ist mir egal. Ich bin ja hier, um auch ein bisschen Spaß zu haben und mir macht es halt auch Spaß, in die Rülle reinzuschauen. Deswegen nehme ich die Rinne. Jetzt ist der Damm ein bisschen größer. Ein bisschen dichter vor allem. Da läuft die schon wieder ganz anders. Also das ist... Uh, Zug drauf! Muss man sagen. Ja, wie gesagt, diese groben Steine, die nimmt man einfach raus. Und dann schön Stück für Stück. Ja, mal so einen Schwall drauf. Kurz mal durchlaufen lassen, bis die letzte Dreckfahne raus ist. Und dann kann schon die nächste drauf. So geht das Ganze auch ganz bequem und ohne Sieb. Und starten. Funktioniert natürlich nur an Bächen, die auch entsprechend das Material liefern. Bringt ja nichts, wenn da irgendwie so ganz grobe Steine drin sind. Also Felsen, die man da erstmal aussieben muss oder wo man dann halt auch eine größere Rinne wie die Model 3 oder ähnliches einsetzt. Ist jetzt nicht verlustoptimiert. Aber darum geht es auch nicht. Geht es mit draußen sein. Spaß haben. Anstrengung, die entspannt. Das ist auch mal was. Kennt ihr das ja sicherlich, ne? So viel Mühe für die paar Krümel. Blablabla. Bis man dann so hört aus dem Bekanntenkreis, aus dem Familienkreis, aus allen möglichen Kreisen. Aber die sehen halt nicht das, was wir sehen. Wie ältere Familienmitglieder, die vergessen die Kamera richtig rumzudrehen. Nein, das ist Absicht. Das ist mal ein Perspektivwechsel. Was ist hinter der Kamera präzios? So. Aber. Um euch jetzt damit auch nicht zu langweilen. Und dann werde ich euch das Ergebnis einfach gleich zeigen. Das ist krass. Das hatte ich nicht gedacht. Also ich habe gedacht, ja gut, vielleicht ein Stäubchen oder sowas. Klar. Oder ein paar. Da hatte ich auch eins in der Probepfanne. Aber das ist überraschend viel. Gold. Cool. Also ich zähle eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und dann noch ganz, ganz viele kleine Stäube in der Brille, die dort noch ist. Ihr seht es ja selber. Hammermäßig. Geil. Ja, das ist doch ein fantastischer Anfang. Ist ja wunderbar. Einfach mal so. Erster Bach, den man hier prospektieren kann. Voller Erfolg. Ja, läuft. Das sieht man mal. Mit der Zeit kriegt man doch ein ganz gutes Gespür dafür, ne? So macht das doch Spaß. Ist ein wunderbarer Ausflug auf den Nachmittag. Und wer das Pfannenwaschen auch erlernen möchte, der schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zu Goldwaschkursen, die wir in Dresden anbieten. Kommt vorbei. Haut mal ein bisschen Dreck von der Elbe in die Pfanne. Und ich garantiere euch, da ist Gold drin. So. Und für den Rest geht es hier oben weiter mit einem Video, was YouTube euch vorschlägt. Und hier mit einem Video, was ich euch vorschlage. Sie sind beide gut. Schaut sie euch an. Macht's gut. Schaut sich. Heille. Ich hatte es da.